guten abend mein name ist andreas boxleitner und ich möchte heute ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern und aus dem grund habe ich auch heute so ein nähkästchen mal mitgebracht das ist also so ein ganz normales kästchen und jetzt schauen wir mal rein was drin ist da ist zum beispiel so eine garnrolle drin noch eine garnrolle noch eine garnrolle und dann zum beispiel auch so eine nadelbox das sind so nadeln drin und eine schere und ja wenn ich mir das so anschauen also das von der größe her wie das ist und und das also kann ich mir da jetzt nicht so vorstellen dass ich da rein passt und könnt jetzt eher so unter dem nähkästchen durch plaudern oder über das nähkästchen aber ich würde sagen also aus dem nähkästchen plaudern das geht gar nicht vielleicht ist es aber auch ein missverständnis mir wenn man sagt aus dem nähkästchen plaudern ich habe zum beispiel hier noch so ein ästchen und das kann man zum beispiel verwenden um so jemanden zu necken also ein neck ästchen ja aber auch aus dem kam nicht schlecht plaudern ja das war es dann auch schon für heute mit dem plaudern aus dem nähkästchen guten abend